Das ist der komplett falsche Schluss. Das ist der komplett falsche Schluss. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir für euch den Nike Vapor Grip Free. Was wir von ihm halten, erfährt ihr jetzt im Video. Viel Spaß! Kommen wir zum Komfort. Die Handschuhe sind sehr angenehm zu tragen, obwohl sie recht schlicht sind. Aber die Kombination aus Rollfinger und Negativschnitt ist sehr angenehm und sorgen für einen guten, ausgeglichenen Sitz. Zusätzlich ist der Handschuh sehr gut belüftet, was ein riesen Vorteil ist. Der Grip ist sehr gut. Die Handschuhe haben einen 4 mm dicken Latexschaum, der zusätzlich gut dämpft und sehr weich ist. Einziger Kritikpunkt ist, dass der Handschuh überhaupt keine Stabilität oder Spannung hat. Jeder legt das anders für sich aus, aber für mich persönlich ist das enorm wichtig. Die Haltbarkeit ist richtig gut. Zwar seht ihr hier eine kleine Schramme, die aber wenig über die Haltbarkeit aussagt. Der Handschuh hat nach 2 Monaten nur minimale Beschädigung. Insgesamt geben wir den Nike 8,5 von 10 Punkten. Er ist ein sehr guter Handschuh, der mit dem Besten mithalten kann und mit einem sehr fairen Preis-Leistungsverhältnis kommt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.